So, wir sind wieder da. Alles perfekt, continuous bis zum Sankt-Immerleins-Tag. Ihr seht, das ist auch die maximale Lebensleiste, die man nur kriegen kann. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier an der Pommes-Budo unseres Vertrauens vorbeikommen. Also wenn das gleich irgendwie gar nicht geht, dann lade ich zur Safe-State-Party ein. Verdammt, ich wähle euch nicht. Aber ich guck mal, es sollte wahrscheinlich mit dem Leben reichen. Hoffe ich. Äh, ärgerlich. Natürlich. Na komm, dann nutzen wir einfach auch unsere Unverwutbarkeit. So, jetzt hoffe ich mal, dass da was anderes passiert. Okay, das kennen wir vom Anfang, das ist kein Thema. Ich tanze durch den Burger. Okay. Kann ich dann so springen? Tatsächlich. Haha, tricky. So, dann gehen wir weiter durch die Pommes. Vielleicht habt ihr das auch. Also wer hier, ähm, ich glaub das ist typisch Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, glaub ich. Da gibt's irgendwie so, äh, auch so Gedichtsbände in den U-Bahnen und da ist dann irgendwie, was weiß ich, auch ein Satz zum Thema Pommes-Frau. Oh, ganz lustig. Ihr seht doch, ich seh, ne Preise, ne? Ah, da geht's noch ab. So, was kommt denn jetzt? Fink-Shakes. Ah, weh. Das sieht ja für NES-Verhältnisse so richtig gut animiert aus. Was sind echt denn jetzt? Ach, cool. Muss ich den... Muss ich auch auf die Kirsche, oder wat? Ist klar, wenn Barbie eins nicht mag, dann Kalorien. Ist sicherlich der Low-Fat-Typ. Ich hoffe, das ist auch das, was es aussieht, und nicht was anderes. Das wäre ja wie, weiß nicht, beim AVGN-Game. Ah, immer auf die Kirsche. Ja, der Kuchen ist eine Lüge, auch hier. Das mit dem Runterfallen gefällt mir gar nicht. Aber kann ich auch nicht. Aber ein bisschen bescheißen geht. Ich muss den Level nicht nochmal machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Komm, triff doch! Noch zwei Treffer, und ich auch zwei Treffer. Boah, was für ein Battle. So, jetzt komm! Das sollte doch reichen. Ja, es reicht! Schön! Hui, knapp! Ist egal, verbrauchen wir gleich ein Continue, wir haben ja noch zwei. Hui, 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 hui. So, was kommt denn jetzt noch? Ja, spannend. So eine Music-Stage. Können wir irgendwas mit den Noten machen? Ähm, okay. Können wir da drauf? Nee, können wir nicht. Sonst müssen tatsächlich... Anführungszeichen die Noten als Notenleiter missbrauchen. Uaaaaaah. Uaaaaaah. Da kommt wieder die geniale Sprungphysik. Die ich natürlich total gebrauchen kann. Und das Münzen? Ist das hier so eine Art übersinnere Wurlitzer oder so? Könnt so sein, ne? Ja gut, wir sind ja in den Sixties. Das war doof, aber wir haben ja noch ein Continuum. Ja, ja, schlaf weiter, schlaf weiter, komm. Hier, komm, bisschen Valium, Barbie. Bisschen Valium. Kennste? Nicht Botox, Valium. Mach was anderes. Egal. Ich glaub, Probleme mit Tabletten und anderen Sachen hat die gute Dame wahrscheinlich nicht der Vorteil, wenn man aus Plastik ist. Aha. Kann man das einsammeln? Okay, das ist aber auf jeden Fall ein klassisches Jump'n'Run jetzt. Was muss ich hier machen? Ach, die Drehen... Haha. Klar. Ist ja eine Platte. Für die jüngere Generation, die keine... Ach, jetzt... ACHTU! 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 Ja. So generiert man Albtraum-Levels. Ja gut, der Level gefällt mir jetzt nicht ganz so. Das heißt, einmal falsch springen, alles normal machen. Da sag ich aber gleich, äh... das... das... tue ich euch... tue ich euch... Ach, der Scheiß, da muss ich eh springen. Da würde ich sagen, das tue ich euch garantiert nicht. So an. Da kommt gleich Gefatter-Safe-State. Da verschwenden wir ja wahrscheinlich notfalls die ganze Folge, ey. Das muss dann noch nicht sein. Das Spiel ist ja natürlich großartig. Klar. Ohne Frage. Bitte lacht jetzt. Nein! Ich... Hacke! Echt! Ah, die Sprung-Physik ist genauso scheiße wie im omni-Kabel, was gerade hängt. Übrigens, falls euch das interessiert. ACHTU! Da kann man sich auch selber schön strengulieren. Ich wundere mich, dass ich das noch nicht irgendwie bei einem LP geschafft habe oder so. Und weh, ich habe da nicht eine Million Abonnenten. Da wäre aber sauer. Hallo? Barbie? Hallo? Hase? Hase zickt ein bisschen rum. Das liegt nicht am Kabel. Das ist übrigens auch so was Schönes. Uah! Macht keinen Unsinn! Hey! Hey! Uah! Ja, das ist das Schöne. Ich glaube, ich vermute, ich weiß, was das ist. Ich habe ja mal so erzählt... Genau, jetzt geht es wieder. Ja, ja. Das Schöne ist auch, macht das unbedingt, weil das hilft total. Das werde ich mir definitiv auch abgerüllen. Gebt euch Funk-Tastaturen. Es ist auch wirklich so. Es ist nicht die tollste Sprung-Physik. Und weiter. Ja. 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 in die Kommentare so als heutige Community-Aufgabe, weil wenn er ja schon mit einer Folge bestrafe, dann will ich auch, dass er ein bisschen was Sinnvolles tut. Nennt mir mal andere Games, die unglaublich grottig sind, die aber vielleicht nicht so bekannt sind. Also klar, jeder kennt Shaq Fu, jeder kennt E.T., jeder kennt was weiß ich, Rise of the Robots. Vielleicht erzähle ich da gleich in der nächsten Folge ein bisschen was zu. Nennt mal ein paar Titel, die man nicht kennt. Und wenn's retro ist, vielleicht mach ich's dann auch. Ich bin euer Mr. Venom1974, geh jetzt mich ärgern, geh einfach mal spontan mir selber dreimal ins Gesicht schlagen. Das hilft nicht unbedingt, aber ihr habt was zu lachen. Und wir sehen uns dann in wahrscheinlich der letzten Folge wieder. Nein, das ist die letzte Folge, weil sonst dreh ich durch. Von Barbie auf den NES. Meine Lieblingsblondine. Oh, Peach ist ja jetzt auch blond. Vorsicht. Leider nur Platz 2. Entschuldigung, Barbie. Also muss ich Prioritäten setzen. Ich bin euer Mr. Venom1974 und wenn ihr Spaß habt, dann bitte abonnieren, kommentieren, bewerten und wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.